Hallo zusammen, wieder herzlich willkommen bei Betzmann Galvanic. Ja, wieder sind einige Teile fertig geworden. Verchromter Kunststoff, sehr robust in der Oberfläche, genauso wie ganz normaler Chrom 6 galvanisch beschichtet. Eine hochglänzende Abscheidung, eine schöne hochglänzende Optik, sehr robust auch. Und wie gesagt, ganz normaler Kunststoff, eigentlich egal welcher Kunststoff, in dem Verfahren können wir alles beschichten, das ist überhaupt kein Problem. Also da ist es wurscht, ob ABS oder PP oder sonstige Dinge. Wir können auch Glas, Holz, ja, ich sag mal Wasserwagen, Scheinwerfer, Reflektoren neu beschichten, ist also alles machbar und möglich mit der Technik. Und man kann auch vergolden, verchromen, man kann Platin, Roségold, Schwarz-Ruthenium, also schwarze Optik machen, ist alles machbar und möglich. Also gibt es eigentlich keine Grenzen, außer in der Größe, maximal 1,20. Alles andere muss man dann, wie gesagt, immer optisch beurteilen, was genau gemacht werden muss. Polieren, Schleifen, Entlacken, Füllern, wie auch immer. Wer sagt, ich habe auch irgendwelche Teile, die nicht immer schön aussehen, braucht einen neuen Glanz, jetzt gerade über den Winter. Bitte Fotos und Maße an info at betzmann-galvanic.de. Wie gesagt, nur mit Fotos und Maße kann man das Ganze auch beurteilen und dann auch ein konkretes Angebot abgeben, was dann auch so stehen bleibt und sich nicht irgendwie dann verteuert, weil man dann plötzlich beim Auspacken merkt, man hat aneinander vorbeigeredet. Das ist immer ganz wichtig. Deshalb machen wir das am besten immer per E-Mail Fotos und Maße schicken und dann kann ich ein konkretes Angebot erstellen. In dem Sinne, alles Gute und bleibt mal weiterhin gesund.